UNTERTITELUNG Bang, bang, Schütze in die Luft, Schütze, Schütze in die Luft Und das mal bang, 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 Amerika tief, tief in meiner Brust Unser Level an dem, was wir raushauen können, ist einfach noch nicht leer. Und solange es fließt, machen wir weiter. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir einfach genauso sind wie vorher. Wir haben die gleichen Freunde wie früher. Wer vorher noch nicht unser Freund war, wird jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich. Scheiß drauf. Es gibt eine Künstlerin aus Berlin, die die nach unserer Vorgabe für uns gemacht hat. Wir haben hier auch nur eine. Es gibt keinen Ersatz. Wenn die weg sind, sind sie weg. Und es hat auch jeder immer genau die eine von Anfang an. Also wir haben hier keine... Also das ist genau so echt wie dein Gesicht. Wenn es mal kaputt ist, ist es rum. Sie jagen uns mit unsichtbaren Vögeln. Meine Schwester sagt, sie kommen, weil es Öl gibt. Doch unser großer Bruder wird uns beide beschützen. Vor denen aus der Wüste, vor denen aus den Lüften. Es ist ja gut, wenn da Kopfkino läuft. Erstmal ist das einfach nur was... Also das könnte überall auf der Welt sein. Plus es ist eigentlich ein komplett surrealer Kosmos, der da ist. Weil wo gibt es dieses purplefarbene Wasser oder... Also das ist auch so... Das eine ist fotoreal und die anderen Sachen sind gezeichnet und irgendwie verändert. Also uns war nicht klar, dass sich irgendjemand dadurch... Dass das irgendjemanden anfressen kann so. Aber umso besser. Wir waren auf dem Splash und hatten da den Headliner Slot zusammen mit ASAP. Und dann waren die auch nochmal in Berlin. Also wir haben einfach so im letzten Jahr uns paar Mal gesehen und im Studio rumgehangen und Musik gemacht und so. Und dabei ist halt dann jetzt die Nummer als erstes Mal entstanden. Hier ist natürlich noch cooler, dass es diese persönliche Connection gibt und dass man dann auch so eine Vision teilen kann. Über Cahedi, Samon... Hauptsächlich über Samon, ja. Genau. Und da haben wir Joy so ein bisschen Schuljungen-mäßig gefragt, ob sie Lust hätte für die Platte was zu machen. Und sie hat glücklicherweise direkt ja gesagt. Da gibt kein Limit auf jeden Fall. Next Step ist halt international. Wir haben gerne unsere Ruhe, aber wenn es um die Mucke geht, dann wollen wir gerne natürlich einfach das Rad so groß drehen, wie es geht. Du bist doch hungrig, du willst doch irgendwas... Du bist... Du bist jung, reich und vollgepumpt mit Zucker. Und das mag ein, pang, 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 pang.